Hallo und willkommen zurück zu Destiny 2. Ich habe gerade die Essenz der Isolation, warum steht es sogar, warum bin ich so blind, gemacht. Das Poet der Bezauberung vibriert vor Energie und gewährt dir ein Ausrüstungsteil, um gegen die Albträume zu kämpfen. Ja, ich lese Ausrüstungsteil, weil es ist ja noch keine ganze Ausrüstung. Deswegen verstehe ich nicht, warum da Ausrüstung steht. Oh, eigentlich will ich das Exo behalten. Aber ich glaube, wir brauchen halt die komplette Rüstung, das ist blöd. Naja, so, fehlt uns nur noch die Brust. Das finden wir dort. Ja, ja, Iraner 3, oh mein Gott, was. Ey, war das gerade peinlich. Das war, das war mega peinlich. Okay, ähm, ja, ich habe irgendwie seit der letzten Zeit nicht viel Destiny gespielt. Habe mich jetzt auch nicht großartig gecatcht. Aber vielleicht nach der Shadowkeep-Story wird es vielleicht ein bisschen entspannender. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich einfach nur scheiß Waffen habe mit meinem Warlock. Ich spiele halt kaum bis gar nicht Warlock. Jo, ganz ruhig, Phantom. Ich spiele halt gerne Jäger. Aber ich wollte halt jetzt auch nicht, äh, immer nur Jäger spielen. Deswegen wollte ich halt auch nochmal, mal Warlock ausprobieren. Gut, hier unten ist es sogar. Und ich glaube, ich weiß schon, welcher Albtraum es ist. Aber ich weiß da ja nicht den Namen. Es ist so ein großer Ogre. Das weiß ich zumindest. Die Zerstörungswut von Krotas Brot kennt einfach keine Grenzen. Darum wurde Vorgott, der Ungezähmte, erschaffen. Um das Böse über alle zu bringen. Hätte er das geschafft, würden wir wohl heute nicht hier stehen. Vorgott ist die leibhaftige Furcht. Es gibt keinen passenderen Albtraum, den die Pyramide erzeugen könnte. Und keinen passenderen Albtraum, den du besiegen könntest. Genau, Albtraum von Vorgoth. Die Furcht. Das ist nämlich ein großer Ogre gewesen. Da ist es ja immer noch. Aber diesmal der, ja, Albtraum. Ja. Steck dich nicht vor mir. Na, haha. Da springen die Schmähe in meine Fresse. Ich bin so froh, wenn ich da mal neue Waffen bekomme. Es ist ja schrecklich. Immer dieselben zu spielen. Okay, gehen wir aber mal weiter. Scheiß mal auf die Gegner. Na, was geht? Ja. Ich passe doch hier auf jeden Fall dazu. Kann dein Kopfchen auch wegbörnen. Wo ist der denn lang? Ach, dort hinten. Ich muss die doch töten. Schade. Okay, kann ich jetzt hier rein? Jawohl. Zwerber kann ich auch nicht rufen. Schade. Schade, Marmelade. Aber so ist das Leben. Ein stabile Essen stand da gerade. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und was das für ein komischer Buff ist. Aber warum nicht? Oh mein Gott, wie habe ich da verfehlt? Schon echt peinlich. Wo muss ich denn dann lang? Da rein. Muss wieder irgendeinen Albtraum töten hier. Na, was ist der denn? Alter. Gott, hab ich. Mach jetzt hier die Buchse auf. Dankeschön. Und weiter in die Tiefe. Bis wir Fogoth gefunden haben. Oh, das sieht schon echt nice aus hier. Muss man ehrlich sagen. Der Knochenzirkel. Gibt es da nicht auch irgendwie so ein Easter Egg oder so? Sowas in der Art. Nee, ich glaube, da gibt es solche Sachen zum Sammeln. Hä, was? Woran bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Als wenn der Laser von Oga so krass ist. Gelmusik. Kannst du mich bitte nochmal lasern? Ich will sehen, ob du wirklich so stark bist. Denn das glaube ich nicht. So, jetzt kann ich doch da rein, oder? Ich hab grad... ...ein Albtraum gesickt. Okay, da ist noch ein Albtraum. Jetzt, oder? Ach, Junge. Wer fehlt denn noch? Ah. Gut, dass du zu mir kommst. Der ungebetene Gast kann direkt verschwinden. Also, damit meine ich mich jetzt nicht selbst. Ich darf hier rein. Oh. Bossraum. Das ist der Albtraum von Vogott. Schnappen wir ihn uns. Erstmal seinen kleinen Gegner kennen. Boah, Junge, Junge. Chill mal erst mal. Chill, 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 chill. Ey, Puli, Puli, Puli. Puli, chill. Meine Güte. Weg. Alter. Was war denn hier vor meiner Fresse? Gut, jetzt ist er wieder im Junge. Oh, er ist auf einmal schon tot. Okay. Was nur Schar auf den Mond kriegen. Und wieder hab ich's mal wieder geschafft. Hahaha. Okay, wo kann man denn am besten Schar jagen? Gibt's denn hier oben? Eigentlich ist dieser Lost Sector eigentlich am besten. Komm, Leute. Weil ich jetzt Bock hab, machen wir den gemeinsam. Aber damit die Folge auch nicht so kurz wird, machen wir das gleich in der Folge. Und dann geht's in Grunde Finale. Ihr habt doch alle Bock auf Grunde Finale. Aber war echt ne kurze Kampagne. Muss ich ehrlich sagen. So. So. Da. Die Essenste. Der Furcht. Okay. Das bringt mir dann die Brust. So, kann ich das mal laden hier? Danke. Äh. Um dort hinzukommen, müssen wir hier einfach nur lang. Ja, da den Weg. Scheiß auf Teleportieren. Wer braucht den Scheiß? Wir sind alle zu faul, um ein bisschen rumzufahren. Ein bisschen die Gegend zu genießen. Guckt euch das doch mal an hier. Ich kann nicht fahren. Fuck. Ich hab mich verfahren. Okay. Ich benutze vielleicht doch den Teleporter. Und hier ist wieder dieses komische Event. Aber daran will ich ja nicht teilnehmen. Ja, ja, ja. Alles gut, Leute. Alles gut. Beruhigt euch mal. Ich dachte gerade, irgend so ein Spieler hat mich... Er will mich hier jagen oder so. Aber es waren nur die Gefallenen. So. Um in den Lost Sektor reinzukommen, müsst ihr einfach nur hier in diese Höhle rein. Dann hier... Noch hier durch. Und dann seid ihr schon drinne. K1-Offenbarung. Hier gibt's ja auch noch für die... Ähm... Ja, für die Extra-Quest. Nach der Story. Gibt's da ja so einen Raum. Und da muss man halt irgendwas aktivieren. Und hier kommen halt übelst viele Schargegner. Deswegen kann man da easy 100... Kids machen. Gut. Komm, holt mir mal hier noch mehr von den... Downern her. Ja, da kommen sie rausgerannt. Warte, gerade auf Toilette oder was? Ich reiche auch Down. Wie hab ich denn jetzt schon? 24. Na, da muss noch ein bisschen mehr sein. Was? Was ist denn hier noch? Ach, du bist hier noch. Und da ist die Hexe. Die müssen wir auch nochmal killen. Und dann können wir den Crystall zerstören. Wie viel haben wir schon? 57. Nochmal 50 und dann haben wir was. Äh. Ich hab keine Muni mehr. Ja, schreie doch nicht so. Nein, ich hab verfehlt. Bin komplett lost. Alter, ich bin komplett lost. Nein. 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 Jawoll. In den 80, also nur noch 19 davon. Ja, ich kann Mathe. Also, da bin ich jetzt nicht so schlecht. Obwohl, ich bin schon schlecht in Mathe. Muss man ehrlich sagen. Ja, ich muss heute jetzt mal hier es geschafft haben. Jawoll. Haben wir die Kacke. So, direkt ins Heiligtum. Eris sagen. Hey, guck mal. Ich hab alles. Und dann rein ins Finale. Okay, ich hab das komplette Rüstungsset. Hier hat sich irgendwie wieder dieses Tor geöffnet. Keine Ahnung, dann kommt er noch in der Kacke hin. Aber erstmal müssen wir mit Eris reden. Erstmal hier die Kacke lesen. So. Du hast jetzt ein komplettes Traumfluch-Rüstungsset. Kehre zu Eris Morn zurück, um letzte Vorbereitungen zu treffen, bevor die... bevor du die Pyramide betrittst. Ich möchte bitte erfahren... Ja, was will ich denn jetzt erfahren? Von allen Dingen, die mich heimsuchen, gehört Zögerlichkeit nicht dazu. Unsere Welt kollabierte in Schmerz und Agonie unter dem Gewicht dieser Pyramiden. Was verbirgt sich darin? Mehr desgleichen? Aber das spielt keine Rolle. Wir müssen es herausfinden. Das Unbekannte kann wie ein Lockruf wirken, der uns anzieht und uns ganz verschluckt. Bitte. Lass dich nicht verzehren. Ist gut, ich bin schon verzerrt. Du stehst am Rande der Zukunft. Die Pyramide birgt viele Geheimnisse in sich. Lüfte den Schleier und finde einen Weg ins Innere. Such dort alles, was der Menschheit im Kampf gegen den aufziehenden Sturm nützen kann. Kehre mit einem kompletten Traumfluch-Rüstungsset angelegt zum unermesslichen Abgrund zurück und finde einen Weg in die Pyramide. Ja, dann gucken wir mal, was da alles so abgeht. ins Jenseits. Geht es hier ins Jenseits rein? Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber ich bin hier irgendwie da, aber auch irgendwie nicht da. Also ist das okay, wenn ich hier lang gehe? Vielleicht ist das auch ein Weg. Ich würde es mal rausfinden. Also ja, man sollte eigentlich den anderen Weg gehen. Aber who cares? Who the fuck cares? Wir nehmen einfach den Weg. Cheater. Hä, also Warte mal. Wo kommt man denn eigentlich? Ich glaube, hier, genau. Dann hätten wir eigentlich hier hochgehen können. Nein. Ich werde es erstmal rausfinden. Das ist aber interessant zu... Nee, warte mal. Ich gehe gerade nicht zurück. Ich gehe doch gerade zurück. Warte mal. Ich Idiot. Ich gehe zurück. Bin ich blöd, Alter? Ich muss hier wieder rein. Ja. Hi, Leute. Kommt da wieder so viele Schars? Ist ein traumhafter Tag heute. Gut, ja. Die Darkness schön. Ja, alles super. Ich muss reingehen in die Pyramide. Ich muss herausfinden, was die Dunkelheit hier will. Will sie uns heimsuchen. Will sie uns lehren. Will sie uns bewahren. Was will sie? Finden wir es heraus. Nur ich und meine drei Gewehre und meine Lehrerfähigkeit. Tief im Inneren der Mondfestung birgt sich das Geheimnis. Zeit, dem ein Ende zu setzen. Gut, ich hoffe, das macht. So, und wir können jetzt hier, glaube ich, hier runter, oder? Ja, easy. Guck dir das an. Und nochmal hier runter. Okay, geht's dann hier einfach rein in die Pyramide. Ich hab's nur in Abgrund. Ach, Mann, hier geht's noch weiter runter. Und jetzt? In die Pyramide? Hallo? Muss ich jetzt eine bestimmte Quest? Nein, sag nie, ich muss nochmal in diese Quest da gehen. Okay, Leute. Aber bevor wir diese Quest machen, es tut mir nochmal leid, dass ich das jetzt extra nochmal in einen anderen Part verschiebe. Aber ich bin halt so frech. Bevor wir das machen, will ich hier diesen Part beenden. Und wir werden in der nächsten Folge in die Pyramide reingehen. Und dann mach ich hier so einen Jump. Und dann... Ja, bin ich eigentlich nicht tot, aber... Leute, wie krass fall ich denn? Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.